Glück gehabt, mein Lieber. Nur ein Kreislaufkollaps, Herr Winter. Dann kennen Sie meine Nachfolger ja bereits. Mr. Winter leitet heute das Hotel. Danke schön. Kennst du ihn? Nein, irgendwie kommt er mir bekannt vor, aber ich weiß nicht, wo ich den tun soll. You live in Harmonie. Frau Sia! Wunderschön, Frau Sia. Wir haben bei Ihnen. Sie werden ja bestimmt auch schon gemerkt haben, dass unser Gepäck am Flughafen verwechselt wurde. Guten Tag. Darf ich Ihnen Herrn Lüngen vorstellen? Herr Lüngen ist ein guter Freund und einer meiner ältesten Geschäftspartner hier in Asien. Wollt mich sehr erfreut. Herr Lüngen ist dafür verantwortlich, dass ich hier in Myanmar heirate. Er wird dir das ganz sicher nicht bereuen. Bestimmt nicht. Hallo, Thomas. Frau Rothmann, meine Innenarchitektin. Freut mich. Guten Tag. Frau Wagner, Frau Wagner, freut mich. Markus Wenger, wir haben telefoniert. Ja. Willkommen in Kapstadt. Danke. Frau Wagner, ich meine meine Stadt. Alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Die Löwenbabys sind weg. Was heißt, die Löwenbabys sind weg. Dem Laufen, wo wir gestohlen, ich weiß es nicht. Ein Blick, bitte. Ich kläre das gleich mit dem General Manager. Winter. Mr. Winter? Genau.